Hedellager habe ich jetzt einen Reitbelag gebastelt. So, wir haben den Gehäusendeckel amontiert. Jetzt kommt die Schraube dran. Dann muss ich die Kette entspannen. Dann kommen die vier Gehäusendeckel. Da ist ein Inbus und dann schauen wir mal weiter. Der nächste Zwischenstand. So, jetzt wird die feste Stellschraube gelöst. So, die Kette mache ich auch ab. Hier wird das Verbindungsstück doch gefunden. So, jetzt ist es ziemlich gereinigt. Jetzt habe ich noch ein paar reinigen gefunden. Die Schraube habe ich jetzt auch abhalten. So, jetzt ist die Kette. Und jetzt sind die Kette. Die Schraube habe ich jetzt auch abhalten. Und jetzt habe ich auch ab Maurizien. Dann habe ich jetzt ab und ab und ab und ab und ab und ab und ab. Bine somit ab und ab. Ab und ab. Da haben wir auch ab und ab und ab. Dann machen wir uns nochmal ab und ab und ab. Ab und ab und ab. Und ab dann noch nicht mehr. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Schrauben fest. Okay. 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 Soll ich die Fehl des Blütschrausschrausschrausschrausschrausschrausschraus. Vielen Dank. Das war's für heute. Okay. Okay.